Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast, Raus aus dem Hormon-Kauf. Mein Name ist Achrius Gold, ich bin Heilpraktikerin, Coach und Hormon-Dekonikerin. Es ist so schön, dass du heute hier bist, dass du eingeschaltet hast und wir wieder in die Zeit wieder anwenden können. Komm, lass uns gemeinsam schauen, wie du deine Geburtstätigkeit hast, wie du deine Geburtstätigkeit hast, besonders wenn du deine Hormon-Aufgaben hast, wie du das auch ausschaltest, dass du selber für dich treten kannst. Und deswegen, wenn du in dieser Zeit des Rechsels und es ist keine grüße, dass du deine Chance hast. Hallo, ist dir aufgefallen, es gab ein kleines, anderes Intro, ein kleines, kleines bisschen Was anderes habe ich heute eingesprochen, um dir so ein bisschen Vorfreude zu geben auf das, was heute kommt. Denn, ja, heute geht es nicht um die harten Fakten, sondern um Mindset. Also deine Gedanken, das, was dich eben ausmacht. Und ganz viel mehr. Denn ich bin heute nicht alleine. Ich habe heute die wunderbare Katrin Bringmann bei mir, bei der ich mich auch an dieser Stelle nochmal entschuldigen möchte. Denn im Interview habe ich vor lauter, keine Ahnung, Verwirrung, wahrscheinlich habe ich auch schon so Wechseljahresamnesie. Ihr werdet gleich verstehen, wovon ich hier spreche. Und hier habe ich sie als Katrin Briggemann vorgestellt, aber sie heißt Bringmann und an dieser Stelle also Katrin Bringmann, Autorin und Coach, ist heute bei mir mit einem, finde ich, so wichtigen Thema. Und du wirst hören in diesem Interview, das wir miteinander geführt haben. Es ist eigentlich nur wirklich ein ganz, ganz aufrichtiges, ehrliches Gespräch miteinander. Kein wirkliches Interview, auch wenn wir, wenn ich schon Fragen stelle und wir uns austauschen. Es geht um das Thema Wechseljahre. Und zwar nicht als, du, die schlimme Zeit mit Krise und mit jetzt ist alles vorbei und jetzt kann ich eigentlich schon in die Kiste hüpfen, sondern mit all den Chancen, die diese Zeit mit sich bringt. Und das ist ja manchmal ein bisschen versteckt. Das wirkt manchmal nicht so, als hätte wirklich diese Phase eine Chance, als würden sich dahinter Chancen verbirgen. Aber es ist tatsächlich so. Und genau darüber hat Katrin ein Buch geschrieben und darüber reden wir aber nicht nur über das Buch, sondern eben auch über ihre Erfahrungen, über das, was sie da so recherchiert hat, rausbekommen und hat über auch meine Ängste und Sorgen, zwei Herzen in einer Brust, die da schlagen. Darüber werden wir reden. Und ich habe sogar ein ganz neues Wort für die Wechseljahre gefunden. Vielleicht fällt es dir auf. Wenn du magst, hör einfach rein. Viel Spaß bei diesem wunderbaren Gespräch. Bis gleich. Ja, ein wunderschönes Hallo, einen guten Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer unsere Hörerinnen heute zu und eingeschaltet haben. Ich bin nämlich heute endlich mal wieder nicht alleine. Ich genieße es ja immer sehr, Interviews führen zu dürfen. Und heute habe ich die wunderbare Katrin Brüggemann bei mir. Hallo, liebe Katrin. Hallo. Hallo, Alex. Hier ist Katrin Brinkmann. Ach, ja, richtig, genau, siehste, ich habe mich irgendwie jetzt im Nachnamen vertan. Entschuldige, bitte. Katrin Brinkmann ist da. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen. Es ist so schön. Katrin ist hier in meinem Podcast aus einem ganz besonderen Grund. Denn heute geht es nicht mal nur um die harten, kalten Fakten und Zahlen rund um Hormone, sondern heute geht es um sehr viel mehr. Es geht nämlich darum, dass diese Zeit häufig des Hormonwechsels, der ja bei Frauen in den Wechseljahren stattfindet und für ordentlich Truppe sorgen kann, natürlich niemals nur das Einzige ist, was da ins Wanken gerät. Und ja, die liebe Katrin hat ein Buch geschrieben, das ich so schön finde vom Titel alleine schon. Und das heißt nämlich Midlife-Chance. Wir wissen ja, Männer gehen in die Midlife-Krise. Sollen sie ruhig. Wenn wir Frauen mit der Zeit, die jetzt dann gegebenenfalls auch bei der einen oder anderen Hörerin ansteht, nämlich die Zeit des Wechsels, wenn das nicht die Zeit der Krise ist, des Trubels, das ist alles ganz schrecklich und hört auch nie wieder auf und das Ende überhaupt. Wenn das die Zeit der Chancen ist, dann finde ich, haben wir ganz viel gewonnen und dann bekommt diese Phase in meiner Meinung nach auch wieder mehr positiven Schwung. Dann ist es eben nicht, oh, jetzt bin ich da drin gefangen und es ist alles für immer und ewig schlimm, sondern dann habe ich da auch Möglichkeiten, mich weiter zu verändern. Und ich habe ein bisschen vorne weggenommen, dass wir heute über dieses Buch und über den Inhalt sprechen. Aber liebe Katrin, jetzt geht es natürlich erstmal darum und das kannst du natürlich am besten. Wir wollen natürlich gerne wissen, wem wir heute im Gespräch haben, wem wir zuhören dürfen, wer dieses tolle Buch geschrieben hat, was du so machst und was dich überhaupt vielleicht dazu bewogen hat, das Buch zu schreiben. Magst du uns das erzählen? Na klar, sehr gern, Alex. Ja, meinen Namen habt ihr ja schon gehört, Katrin Brinkmann. Ich bin selbstständig in der Personalentwicklung tätig und habe mich da auf verschiedene Themen fokussiert. Zum einen das Thema Produktivität. Dazu gehört so etwas wie Speed Reading und Mind Mapping und auch Gedächtnistechniken, Zeit- und Selbstmanagement. Also alles, was sozusagen den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin so ein bisschen fokussierter arbeiten lässt oder auch leben lässt. Das ist das eine Thema und ein anderes Thema, mit dem ich viel auch unterwegs bin, gerade in größeren Unternehmen, ist das Thema Kommunikation. Also wie kann ich beispielsweise konstruktiv Gespräche führen? Wie kann ich Konflikte lösen besser? Team Building, also solche Themen gehören dazu. Und das dritte Thema und daraus ist eben auch dieses Buch entstanden, beziehungsweise ich habe noch ein anderes Buch geschrieben. Das richtet sich eher an die jungen Mütter. Working Mom heißt das. Aber das andere Thema ist Karrierecoaching für Frauen. Und da habe ich mich darauf konzentriert. Ja, diese Klientel, die Zielgruppe Frauen, die ja immer wieder, wir stecken ja immer wieder in Veränderungen, haben auch mit Veränderungen immer viel, viel mehr zu tun, glaube ich. Zumindest habe ich das auch so recherchiert als Männer, die es tun. Oder zumindest eine größere, umwälzendere Veränderung. Das fängt an mit, gut, Pubertät haben beide, aber dann das Schwangeren, die Schwangerschaft allein schon, das Kinderkriegen, die Hormonumstellung nach Kinderkriegen, wie gehe ich weiter damit um und dann eben dieses wahnsinnig geile Thema Wechseljahre. Und weil ich mich selber jetzt in dieser Zeit befinde, habe ich gedacht, hey, da schreibe ich jetzt mal ein Buch drüber. Spannend. Ja. Das ist so wichtig. Also, wir haben ja auch ein Vorgespräch geführt und darüber schon ein bisschen philosophiert, dass auch gerade das Thema Wechseljahre, das hat ja auch echt so einen negativen Touch. Also, da wird nicht drüber gesprochen, es gibt kaum Informationen. Und wenn du mehr darüber wissen willst, dann gibt es nur die Horrorgeschichten. Ah, bei mir hat das so und so lange gedauert und ich hatte alle Stunde fünfmal so und so viele Hitzewallungen und musste das T-Shirt wechseln. Genau. Das ist aber auch eine Zeit der Chancen. Also, dass ich einfach diesen Veränderungsprozess ja genauso wie bei der Pubertät eben durchlebe, egal ob ich mich dagegen sträube oder nicht, ist ja tatsächlich einfach gegeben. Also, ich habe als Frau keine andere Chance. Genau. Du musst da durch. Da musst du durch. Da musst du durch. Du hast ja, bist ja jetzt sehr breit aufgestellt. Und da mit dem Buch Working Mom im Prinzip ja erstmal so ein bisschen auch in die Frauenwelt, in die Welt der Frau, die eben so ein bisschen zweigleisig erfahren muss mit Kindererziehung und gleichzeitig Mama sein, ja auch sehr gut abgeholt. Ich glaube, das hat auch ein ganz witziges Format, dieses Buch Working Mom. Das ist so ein bisschen quadratisch, habe ich im Kauf, oder? Ja, es wird eine etwas größere CD. Also, ich bin irgendwann mal über dieses Format gestolpert und bei einem anderen Buch und fand das so genial. Und der Untertitel oder Mittitel ist ja auch immer das Buch für Mütter für ihre Wickeltasche oder für ihre Handtasche. Das passt halt überall rein. Das ist ein Format, was du überall aufschlagen kannst. Das ist sehr fest, so etwas festeres Papier, sodass ich mir immer vorstelle, und das habe ich auch tatsächlich von Leserinnen gehört, dass die Frauen eben dann am Spielplatz, also auf dem Spielplatz sitzen und in diesem Buch blättern und lesen und so ein bisschen die Übungen auch machen. Und das scheint wirklich so zu sein. Ah, super cool. Und dann ist es aber genauso wie ja auch das Buch Mitleidchance einfach auch ein Buch wirklich zum Tun. Es gibt ja viele Bücher, die ich einfach nur lese und dann habe ich ein Konzept verstanden und dann habe ich vielleicht verstanden, ja, okay, klar, da gibt es irgendwie Chancen und Möglichkeiten. Aber auch die Leserinnen dann an die Hand zu nehmen, das finde ich immer ganz wichtig, weil dann hat sie die Chance, etwas zu tun und daraus dann aber auch den Erfolg feststellen zu können. Genau, das ist einfach auch meine Erfahrung. Ich mache das jetzt 20 Jahre lang, dieses ganze Thema Coaching und eben Leute an die Hand zu nehmen und ihnen sozusagen dazu zu verhelfen oder sie dabei zu unterstützen, selber ihren Weg zu finden. Und das geht meines Erachtens wirklich in erster Linie durch Machen. Du musst es ausprobieren, du kannst was aufschreiben, du hast Möglichkeiten, Übungen zu machen, dir auch mal echt die Zeit zu nehmen, zu überlegen, was sind denn jetzt eigentlich meine Stärken, meine Schwächen, wohin will ich noch? Jetzt gehen wir nochmal aufs zweite Buch, also Anfang 50, was will ich eigentlich noch erreichen? Und darüber nachdenken ist eine Sache, darüber sprechen mit Freundinnen oder eben professionell geschulten Menschen ist nochmal eine andere Sache. Aber sich wirklich die Zeit zu nehmen und die Muße auch zu haben, das mal aufzuschreiben und das auch, ja, ich habe so ein Heft, so ein festes Heft, wo sowas bei mir auch immer reinkommt und da auch mal durchzublättern und zu gucken, Mensch, wie hast du dich eigentlich entwickelt? Cool. Das, daran glaube ich ganz, ganz fest und das zeigt auch die Erfahrung und der Erfolg, dass es die Leute einfach mehr abholt noch und dass sie einfach das Gefühl haben, hey, jetzt habe ich was gemacht, jetzt habe ich schon mal diese Übung gemacht und das ausgefüllt und das vielleicht übertragen in meine eigenen Unterlagen und jetzt, das macht schon so ein kleines bisschen glücklich, habe ich das Gefühl. Das stimmt, das macht das, es bringt dich halt ins Tun. Hast du auch manchmal die Rückmeldung, wenn wir jetzt schon mal direkt in eben diesem Tun und in dem, das bringt mich dann auch voran, Bereich sind, dass viele dann auch feststellen, das sind ja gar nicht so komplizierte Übungen, die sind sehr leicht, dass sie von der Hand gehen und erfordern also jetzt hier nicht sehr viel Zeit, nicht sehr viel Brain, sondern ich muss mich einfach nur darauf einlassen und ich kriege zum Beispiel häufig auch die Rückmeldung, ja, jetzt ist das mit den Übungen gar nicht so schlimm, wie ich mir das mal vorgestellt habe. Ich muss hier nicht Stunden sitzen und irgendwie so eine Matheübung lösen, sondern ich muss mich ja einfach nur mit Fragen beschäftigen und was rauskommt, ist dann ja im Prinzip, da gibt es kein richtiges und kein falsch, sondern nur ein, es ist meins. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht. Ja, genau so ist es. Also das Feedback bekomme ich tatsächlich. Manche Leute sagen, also manche Leserin sagt sofort, ey, das ist meine Lieblingsübung. Die habe ich jetzt schon zwei, dreimal gemacht. Das ist super easy, das dauert vielleicht zehn Minuten, aber ich denke immer mal wieder über dies oder das nach. Das war lieber wieder. Und andere sagen, du, ich habe das Buch jetzt einfach erstmal so überflogen. Die Übungen habe ich allerdings noch nicht gemacht. Dafür möchte ich mir gerne noch ein bisschen Zeit nehmen. Dann sage ich genau, was du gerade sagtest, so viel Zeit brauchst du dafür gar nicht. Selbst wenn du mal dich zehn Minuten hinsetzt oder das kannst du auch in der U-Bahn machen, wenn man mal so Wartezeiten hat. Ja. Ja, absolut. Man braucht halt nur einen Stift und muss so ein bisschen Ruhe haben und dann geht es los. Das ist ja wirklich easy. Sie sind wirklich nichts Abgehobenes irgendwie. Und das sind auch keine Übungen, die jetzt so komplett sensationell abgehoben neu sind, sondern es bringt einfach die Sachen zusammen, von denen ich glaube, dass sie einem eben insbesondere in dieser Zeit helfen können. Nenn uns doch vielleicht einfach mal ein Beispiel, dass wir so ein bisschen vielleicht eine Idee kriegen. Vielleicht gibt es ja so eine leichte Übung aus dem Buch, die du uns heute mitgeben kannst oder magst. Ja, klar. Also ich weiß nicht, ob man bei dir auch was verlinken könnte. Ja, natürlich. In den Shownotes machen wir das auf jeden Fall. Genau, das wäre super. Dann würde ich dir das zur Verfügung stellen oder den Leserinnen vielmehr. Also ich finde zum Beispiel eine Übung total klasse, die heißt die Wer-bin-ich-Blüte der Lebensmitte. Also Wer-bin-ich-Blüte, das heißt, du hast mehrere Möglichkeiten über verschiedene, sagen wir mal, Bausteine deines Lebens oder auch Baustellen deines Lebens nachzudenken. Da geht es über, was kann ich eigentlich besonders gut, was mache ich sehr gerne. Also das heißt, das Stärken-Profil insbesondere. Über Schwächen reden wir da in dem Zusammenhang nicht, sondern nur über die Stärken. Und dann ist da so eine Frage wie, wie sieht dein idealer Tag aus? Also von morgens bis abends einfach mal aufzuschlüsseln. Wann stehst du auf? Was sind so deine Lieblingsrituale? So ein bisschen Träumerei auch dabei. Und dann aber auch zum Beispiel die Frage, womit beschäftigst du dich gerne? Und das kann dann auch so etwas sein wie, ich lese unheimlich gern Zeitungen und interessiere mich für Politik. Das ist aber nicht mein berufliches Thema. Wir haben viele Sachen, mit denen wir uns einfach so ganz gerne beschäftigen, die wir spannend finden. Also das gehört auch noch mit dazu. Insofern hast du da verschiedene Blüten. Ich will noch gar nicht alle verraten. Ja, gut. Blütenblätter, die eben... Die dich so zum Nachdenken bringen, so nach dem Motto, was ist eigentlich so ideal für mich? Oder wie lebe ich am liebsten? Und ja, also das bringt immer ganz, ganz viel positive Energie. Und niemals irgendwie so den... Ich habe noch niemals das Feedback bekommen, auch in meinen Lesungen jetzt, dass jemand sagte, boah, da lebe ich ja jetzt gerade ein total falsches Leben. Also dieser Gedanke könnte natürlich kommen. Aber nee, ich habe schon festgestellt, die meisten finden da sehr vieles und können auch sehr viel über sehr vieles schreiben und sprechen, was sie bereits gut machen. Und was eben auch schon sehr liegt. Ja. Denn all das, was du bisher getan hast, hat dich ja dahin gebracht, wo du jetzt bist. Ja. Das heißt, das ist ja genau so richtig gewesen. Sonst wärst du ja... Das klingt immer ein bisschen abgedroschen. Nicht da, wo du jetzt wärst. Genau. Ja. Und das ist dann wieder so eine Beruhigung. Also viele sagen auch so, ach, eigentlich doch alles ganz schön, ne? Genau. Natürlich ist immer Luft nach oben. Und an anderer Stelle meines Buches rede ich auch über dieses Thema, lebe kein Eigentlichleben. Eigentlich wollte ich ja immer. Und eigentlich war ja Spanisch auch immer so auf meiner Bucketlist. Das ist natürlich dann auch schade. Also das ist dann eben eine andere Übung, dass man seine eigene Bucketlist mal, also diese Liste, was will ich eigentlich noch so erledigen im Leben? Was will ich noch mal gesehen haben? Mit wem möchte ich vielleicht noch mal gesprochen haben? Was will ich erlebt haben? Welches Land will ich bereist haben? Und das ist an anderer Stelle des Buches eben dann auch wieder noch eine weitere Übung, darüber nachzudenken, um einfach auch diese Träume mich verkümmern zu lassen, sagen wir mal. Und so eine Bucketlist ist ja nicht in Stein gemeißelt, wie man so schön sagt. Die kann sich ja durchaus verändern. Aber auch das setzt wieder bei einigen Frauen total Energie frei. Also wenn ich da mal ein Beispiel nennen darf. Eine Teilnehmerin in einem meiner Workshops sagte dann, du, ich habe dein Buch gelesen und weißt du, was ich jetzt mache? Ich werde jetzt mein Haus verkaufen. Ich habe da die ganze Zeit schon drüber nachgedacht. Ich räume jetzt dieses Riesenhaus aus. Die Kinder sind aus dem Haus. Das ist viel zu groß. Das ist irgendwo auf dem Dorf in der Budnig. Ich will jetzt endlich das in die Hand nehmen. Werden wir ein Haus verkaufen und in die Stadt ziehen. Cool. Ist das nicht geil? Wow. Da sieht man auch echt eine Schauer runter. Wenn man da wirklich frei wird. Ja. Es kommt sich wirklich frei ja auch von Dingen und von vielleicht, ja, gedachten Zwängen. Das muss ich vielleicht noch erfüllen. Und was hat sich ja ganz viel in diesem Leben dann verändert. Und dann ist tatsächlich oft, glaube ich, diese Entscheidung schon so unbewusst vorhanden. Aber sie traut sich nicht raus, ne? Genau. Ja. Weil, wieso sollte ich und was könnte da denn dann Schlimmes passieren? Und wenn dann wirklich die Energie zur Entscheidung kommt, also wenn ich so ein bisschen diese Komfortzone verlasse und das einfach tue, bah, das ist ja brutal. Also das spüre ich richtig in meinem ganzen Körper, die ganze Energie, die da frei wird. Total toll. Ja, genau. Das ist wirklich ganz, ganz toll zu sehen, weil uns eben klar wird, dadurch, dass wir in der Lebensmitte sind. Es ist eben, also ich würde jetzt nicht sagen, es ist nicht mehr so viel Zeit. Das ist auch Quatsch. Das setzt einen ja noch wahnsinnig unter Druck. Sondern zu sagen, ja, okay, ich habe jetzt das und das erreicht. Das und das ist schon gelaufen. So und so viele Jahre sind jetzt vorbei und ich habe noch eine sehr gute Strecke vor mir. Aber die jetzt auch so zu kreieren und so zu stricken, wie sie wirklich nach meinen Bedürfnissen wird, das merken viele Frauen. Denn, wie wir eben im Vorgespräch auch schon gesagt haben, die, sagen wir mal, diese Riesenverantwortung für mehrere Kinder, für den Haushalt, für diese ganzen Dinge. Wir machen es ja oft auch mehr als die Männer. Ja. Zu meiner Erfahrung. Ja, meine auch. Ja, und das fällt dann eben, es ist wahrscheinlich für dich noch nicht so vorstellbar, aber das fällt dann irgendwann weg. Also die Kinder sind natürlich da, aber sie sind eben nicht mehr im Haus und sie machen ihr eigenes Ding und sie fragen auch nicht mehr so oft nach deinem Rat. Und dadurch siehst du ja, okay, jetzt bin ich mal wieder dran. Und das ist eben auch geil. Also du hast wirklich mit ruhigem Gewissen die Möglichkeit, jetzt beschäftige ich mich jetzt wirklich mal nur mit mir selbst. Also eine Freundin von mir ist zum Beispiel jetzt erstmal vier Wochen nach Vietnam gefahren. und sie hat gesagt, ich muss einfach raus hier, ich mache das auch ganz alleine und zack, weg ist sie. Und das hört, sie ist immer noch da, es hört sich extrem spannend an. Und das hat sie sich herausgenommen, weil es eben gerade so ist, dass ihre Kinder auch aus dem Haus sind und sie gesagt hat, boah, jetzt bin ich dran. Ja, ich glaube dieses, ich bin endlich dran, kann ein wahnsinnig großer Motivator sein. Und ich bin aber ja gerade so in dieser Phase hinein, ohne dass ich jetzt sagen würde, boah, ich bin schon voll in den Wechseljahren. Aber mein Leben verändert sich dadurch, dass jetzt mein Sohn dieses Jahr sein Abitur machen wird. Und dann ist einfach klar, er wird irgendwas tun. Ja. Einige Optionen. Und das kann beinhalten, dass er dann auch hier das Nest verlässt. Und ich merke, wie mich das schon seit dem letzten Jahr, also seit Beginn eben dieses Schuljahres mit dem letzten Schuljahr beschäftigt. Nicht so sehr, dass ich jetzt hier ganz doll irgendwie Angst habe, dass, ich habe ja noch zwei andere, die hier noch zu Hause sind. Das ist ja nicht so, dass jetzt plötzlich alle dann weg sind. Aber ich merke schon, dass ich mir immer wieder auch die Frage stelle, wie wird denn das sein? Und ich frage mich dann, ich frage mich tatsächlich auch dann für die Zukunft, wie wird sich denn mein Verhältnis zu ihm verändern? Wenn er dann eben möglicherweise eben ganz viel weg ist, vielleicht wirklich nur mal so alle drei, vier Monate nach Hause kommt, vielleicht auch nicht so regelmäßig sich meldet, was er ja auch nicht muss. Das erwarte ich tatsächlich gar nicht. Aber wie wird sich das alles verändern? Das heißt, ich habe so ein bisschen, ich würde sagen, Respekt vor der Zukunft, weil jetzt finde ich es gerade total schön. Und bin natürlich auch irgendwie trotzdem gespannt und neugierig, weil ich schon auch das eine Herz in der Brust hat so ein bisschen die Mama Sorgen und das andere Herz in der Brust sagt so, boah, cool, dann muss ich mich nicht mehr um den ganzen Kram kümmern, immer die Mama spielen und hier immer dann auch mal hier so ein bisschen sagen, was vielleicht gerade ansteht oder so, sondern dann geht da einfach so ein bisschen auch die Verantwortung weg und mehr Energie wird frei. Ist das auch was, was du im Buch auch so ein bisschen vielleicht, du hast ja auch ganz viele Interviews geführt, das habe ich irgendwie noch so aus dem Vorgespräch mitbekommen. Ist das auch etwas, bin ich damit alleine oder sind das auch andere Frauen, die sich diese Frage stellen? Du bist damit überhaupt nicht alleine, Alex. Das ist genau diese zwei Herzen in einer Brust, das hast du super beschrieben gerade. Das ist genau das, was ich eben auch beobachtet habe und was mir Frauen erzählt haben. Aber ich merke es an mir selber extrem. Also ich habe am Anfang wahnsinnig gelitten. Ich mache mir gar nicht unbedingt Sorgen um meine Kinder. Ich habe da sehr viel Vertrauen, dass sie das alles ganz gut hinkriegen können. Aber die fehlen mir halt einfach. Ja. Es ist wirklich so dieses, und auch dieses Verantwortungsgefühl. Also manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich dann zu meinem großen Sohn sein, gut, der ist jetzt 20, also so groß und auch wieder nicht. Ja. Dass ich dann zu ihm sage, Mensch, soll ich dir noch ein Brot schmieren? Willst du noch ein Brot mitnehmen? Und das zeigt so, das ist so, irgendwo ist man auf jeden Fall noch in seiner Mutterrolle drin. Das bleibt sie auch dein ganzes Leben, klar. Aber dieses aktive Familien-Dasein oder diese aktive Familien- oder Mutterzeit geht eben tatsächlich dann zu Ende. Und ich kann nur sagen, das ist ein ganz normales Gefühl, was du da hast. Und das wird auch noch so ein bisschen so bleiben. Ja, du machst mir Mut, aber das habe ich mir schon gedacht. Nee, es bleibt schon eine ganze Zeit. Zumindest bei den meisten Frauen. Und es gibt auch Mütter, die sagen, boah, bin ich froh, dass sie weg sind. Mann, jetzt kann ich endlich das Zimmer einrichten oben und mache meinen, was weiß ich, Coaching-Raum da draus. Ja. Die sind jetzt weit weg und das ist auch gut so. Und die kriegen auch keinen Schlüssel und es ist jetzt ein ganz, ganz klarer Cut. Und ich brauche auch diese Zeit für mich. Kann ich auch total nachvollziehen. Ist aber eben eher die Ausnahme. Die meisten sind eben eher so, genau, mit einem weinenden, einem lachenden Auge. Und also mir geht es wirklich, das ist eben auch wieder hormonbedingt, denke ich mal, immer unterschiedlich. Wenn ich manchmal so junge Familien sehe, die so die ähnliche Konstellation haben wie wir damals. Ja. Da kommen mir echt manchmal die Tränen. Dann denke ich, scheiße, wie lange ist das her? Ja, das gibt es gar nicht. Was ist denn passiert in der ganzen langen Zeit, in den ganzen 20 Jahren? Ja. Ja. Das macht mich sehr, sehr wehmütig manchmal. Aber das wird besser. Also je größer die Kinder sind und je klarer es ist, dass sie wegziehen. Also mein Sohn zieht nämlich zum Beispiel jetzt Ende des Monats aus. Oh mein Gott, ja. Ja, meine Tochter ist ja schon ausgezogen. Also das heißt, sie sind dann wirklich beide weg, in Anführungsstrichen. Also das, ja, da muss ich schon hin und wieder mal ziemlich schlucken. Für mich ist das echt hart. Das glaube ich, ja. Das kann ich mir tatsächlich vorstellen. Und ich habe ja dann tatsächlich immer noch zwei. Ja, das ist gut. Meine Tochter ist jetzt 14. Das heißt, ich habe echt noch ein bisschen Karenzzeit. Stimmt. Und wie gesagt, das ist so echt so ein lachendes und ein weinendes Auge, zwei Herzen in einer Brust. Das beschäftigt mich sehr. Und ich bin sehr froh, dass ich mich diesen Fragen auch stellen kann. Dass ich mir diese Fragen stellen kann. Ich glaube nämlich, also ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, aber zum Beispiel die Generation unserer Eltern, also zum Beispiel meiner Mutter, da würde ich sagen, die sind irgendwie so reingestolpert in die Wechseljahre. Genau. Hormonell, aber genauso auch Mindset-mäßig und haben sich üblicherweise diese Fragen gar nicht gestellt. Das heißt, die waren plötzlich irgendwie alleine, haben aber auch nicht irgendwie das Gefühl gehabt, okay, ich darf nicht jetzt irgendwie wirklich wichtig nehmen, meine Bedürfnisse mal wirklich angucken. Und das kann ich mir als brutalen Abfall, als hier so einmal rein ins tiefe Loch vorstellen. Wenn ich das nicht tue, dann bin ich ja wirklich so gebeutelt, dann kann das ja tatsächlich wirklich zur massiven Krise werden. Wenn sich so mein Leben massiv verändert und ich daran gar nichts Positives sehe und mich auch gar nicht damit auseinandersetzen. Wie siehst du das? Absolut so. Also ich kenne das auch von meiner Muttergeneration, also die wahrscheinlich noch mal eine Spur älter ist. Das war ehrlich gesagt, ich habe das überhaupt nicht mitgekriegt selber als Kind oder als Jugendliche, oder als junge Erwachsene, dass meine Mutter irgendwann in den Wechseljahren ist. Das war einfach kein Thema, darüber sprach man nicht. Und genauso ist es, und sie haben sich glaube ich auch nicht unbedingt zusammengetan, um darüber gemeinsam zu schluchzen. Das wüsste ich auch nicht sagen. Das wüsste ich echt, wüsste ich wirklich nichts davon. Aber es ist wirklich, das hast du am Anfang schon gesagt, es ist immer noch ein bisschen die Tendenz. Also es ist jetzt nicht so, dass die Frauen, mit denen ich gesprochen habe, es ist auch interessant. Ich habe am Anfang meine Interviews persönlich durchgeführt, also face to face. Ja. Ich habe die Frauen getroffen und wir haben uns unterhalten darüber und ich habe Notizen gemacht, so ganz klassisch. Und ich habe dann gemerkt, das ist mir hier alles viel zu positiv. Weißt du, das kann nicht sein, dass es jetzt allen so unglaublich gut geht, die gar nichts spüren angeblich. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache es jetzt anders. Ich mache es anonym und schriftlich. Okay. Ja, also ich habe auch sehr viel Wert darauf gelegt, dass das alles total nicht erkennbar ist, wer jetzt antwortet. Und siehe da, es kamen tatsächlich auch viel, viel ehrlichere und ja, auch tiefer gehende Meinungen oder Einstellungen oder eben Eindrücke ihres Lebens zutage. Wo ich gesehen habe, ja, siehste, das fällt vielen Frauen, es ist in der Zeit einfach echt, es ist schwer. Es fällt ihnen schwer, darüber zu reden. Es fällt ihnen oder es fällt uns schwer, da einfach auch so ein bisschen locker das zu sehen. Und das liegt natürlich auch daran, dass unsere Gesellschaft so auf Jugendlichkeit und auf Jungsein und glatte Haut und so weiter aus ist. Also ich habe das in meinem Buch auch an zwei Stellen, glaube ich, beschrieben, dass ich das so schade finde, dass man so selten Werbung beispielsweise von Frauen um die 50 oder mit 65 sieht, die ja geil aussehen können und natürlich und einfach eine super tolle Ausstrahlung haben. Die siehst du aber nicht. Das stimmt. Da gebe ich dir total recht. Und das finde ich total schade. Das heißt also, allein über diesen kleinen Bereich Werbung, hat man schon den Eindruck, okay, also so Frauen in dem Alter, die existieren ja irgendwie so gar nicht. Oder wenn, dann sind es nicht verschrumpelte asexuelle Wesen, die irgendwo da vor sich hin weinen, weil die Hormone nicht mehr stimmen. Es ist ja totaler Quatsch. Es ist genau das Gegenteil der Fall. Genau. Wir haben eine solche Power und eine solche Kraft und aus diesem, sagen wir mal, Tief, was da hormonell natürlich entsteht, kann man wieder, jeder weiß, nach einer Krise kommt wieder eine gute Zeit. Das ist immer auch eine Chance, was anders und toll und gut zu machen. Und ich finde tatsächlich den Gedanken, oh, das ist jetzt ein Mangel, also es wird einem ja gefühlt, gerade der Frau beim Schulmediziner, wenn er dann hier der Frauenarzt oder so sagt, wir kommen jetzt in die Wechseljahres, ist also ein Mangel. Das wird ja tatsächlich falsch dargestellt. Ich nenne das immer ganz gerne Regulationsschwierigkeiten, weil nichts anderes ist. Das ist schöner. Der Körper, der hat einfach ein bisschen Trouble, eben diese neuen Messwerte irgendwie immer mal richtig einzustellen, die dann halt eben für die Zeit, wenn ich nicht mehr fruchtbar bin, die dann gelten. Und das macht dann eben hier mal zu viel, mal zu wenig und das bedeutet aber nicht, dass es ein Mangel ist, weil das stimmt nicht. Finde ich total gut. Nach dieser Zeit, nach diesem Wechsel, nicht im Hormonmangel, sondern wieder voll, dann in dem Maße verfügbar mit unseren Hormonen, die sein sollen für diesen Zeitabschnitt. Also es ist nicht ein Hormonmangel. Und dann bin ich nämlich auch kein Mangelwesen, ja, dann fehlt mir möglicherweise tatsächlich die Fähigkeit, eben noch fruchtbar zu sein, aber sonst ist dann tatsächlich trotzdem mein Körper eben auch noch zum Beispiel in der Lage, Östrogen und Progesteron zu produzieren. Also es ist nicht so, dass ich die dann gar nicht mehr habe, sondern die sind ja immer noch da. Und das ist, finde ich, auch etwas, was man vielleicht einfach in der Gesellschaft auch erstmal etablieren muss, dass es hier nicht darum geht, oh, die Frau verliert jetzt hier ganz viel und ist plötzlich ein Mängelwesen, sondern es ist einfach nur eine Regulationsstörung, genauso wie in der Pubertät. Und die dauert halt, ne? Wenn irgendwie hier meine Heizung spinnt und die um 8 Uhr morgens hier 2 Grad nur irgendwie schafft und eine Stunde später habe ich 80 Grad, dann ist das auch eine Regulationsstörung. Es ist aber auch keine Mangelheizung. Dann muss ich an der Heizung was tun, vielleicht ein bisschen unterstützen. Ist auch kein schöner Zustand so, zwischen 82 Grad ständig hin und her zu hüpfen. Aber sie ist damit keine Mangelheizung, sondern hat sich wahrscheinlich einfach nur verschluckt, so wie unser Hormonsystem halt auch. Ja, finde ich total klasse. Bitte, wir sollten unbedingt dieses Thema, also oder dieses Wort Mangel unbedingt durch Regulationsstörigkeiten, das gefällt mir richtig gut. Vor allem, weil es ja auch so ist, dass viele Phänomene, die eben auftreten in den Wechseljahren, ich nenne mal das Beispiel Gedächtnisstörungen. Also es ist ja tatsächlich so, dass viele Frauen, bei Männern habe ich es jetzt nicht untersucht, aber bei Frauen ist es wirklich so, dass da ganz eklatante Gedächtnisschwierigkeiten auftreten können. Also so ähnlich wie in der Stillamnesie, wenn sie dich noch anhält, kann es genauso gut eben ein Phänomen sein in den Wechseljahren, dass du so zwischen, sagen wir mal, 48 und Mitte 50 dir bestimmte Dinge nicht gut merken kannst. Das kann aufs Kurzzeitgedächtnis gehen, das kann auch so sein. Manche Frauen berichten davon, oder habe ich auch beobachtet, die erzählen immer wieder die gleichen Sachen. Da denkst du echt, ist sie jetzt 90 oder ist sie 50? Okay. Und es ist, aber was ich damit sagen will, auch dieses Phänomen geht wieder weg. Und viele Frauen denken dann, oh Gott, also jetzt auch noch ein schlechtes Gedächtnis, jetzt geht es weg ab. Jetzt bin ich Oma. Also da sehe ich jetzt gar keine Frau Schnurr mehr. Das ist aber Quatsch. Deswegen finde ich Regulation total gut. Es regelt sich. Ja, es regelt sich. Genau. Und irgendwann ist dieses Gedächtnis auch wieder da. Dann hat man ein brillantes Gedächtnis wieder. Wir müssen eben, ich habe das in meinem Buch mal so als Kokon bezeichnet. Wir sind in so einem Kokon, wo eben auch vieles passiert, was vielleicht nicht ganz so schön ist, aber wir schlüpfen da ja wieder irgendwann raus. Und dann haben wir das alles wieder. Was heißt alles? Also wir können nach wie vor, wir können dann definitiv keine Kinder mehr bekommen, das ist richtig. Aber das hat die Natur ja auch irgendwie mit Sinn eingerichtet. Naja, sind nicht die Omas und Opas die besseren Eltern? Ja, das habe ich auch schon gehört. Immer bei meinen Eltern. Wenn die mit den Kindern, aber auch als sie noch klein waren, zusammen waren, dachte ich immer, Mensch, also so liebevoll und so achtsam und so einfach erlaubend wart ihr mit mir nie. Ihr wart immer streng und es gab immer Regeln. Und es war immer das Schönste für meine Kinder, zu Oma und Opa zu gehen, weil da gab es halt keine Regeln. Und da hat die ganze Zeit Zeit und irgendwie dreht es alles nur um die Kinder. Und das ist doch toll, wenn auch das dann möglich wird. Also wenn ich nicht mehr die Elternrolle einnehme, da freue ich mich irgendwie auch ein bisschen drauf, wenn ich denn die Kinder kriege. Das weiß ich auch nicht, aber geil. Ist auch noch ein bisschen hin. Genau, wollte ich sagen. Das ist immer ein bisschen hin. Ja, Gott sei Dank. Aber was mich da tatsächlich auch noch ein bisschen beschäftigt, ist das Thema Scham und Schuld. Also gerade das Thema Schamgefühl kommt da, glaube ich, auch bei vielen Frauen hoch, dass die tatsächlich auch echt Sorge haben, dass die so abgewertet werden. Und das macht ja unsere Gesellschaft. Gerade wenn es dann um wirklich eben Einschränkungen durch die Wechseljahre geht, wie zum Beispiel die Lehrerin, die eben vor der Klasse 14-jähriger Jungs steht und dann hat die einmal in der Stunde irgendwie hier so ein Hotflash. Ja, ja, ja. Das ist natürlich, ja, bei 14-jährigen Jungs nicht gerade das Ideale, aber auch bei 50-jährigen Männern kann das ja zu echt blöden Kommentaren führen. Ja. Und das fördert natürlich auch bei den Frauen häufig eben dieses Gefühl, oh, dann erzähle ich lieber nichts, dann mache ich das lieber ganz, ganz klein, das Thema und dann drücke ich es lieber weg, anstatt dann eben vielleicht auch einfach mal auf den Tisch zu hauen und zu sagen, ey, hier gibt es nichts zu schauen, ja. Das sind ganz normale Hormonschwankungen. Ja, ich habe sie wenigstens, anstatt ein Bierbauch. Ja, so. Da hast du total recht, man sollte es oder wir sollten es humorvoll nehmen, daraus einfach einen Witz machen, ohne es jetzt auf die gleiche Schulter zu nehmen. Aber ich denke, das ist aber gerade dieses Schweigen. Ja, genau. Weil man das so wenig hört oder sieht oder ich weiß gar nicht, ich wüsste jetzt von keiner einzigen, sagen wir mal, Prominenten, die jetzt, ich weiß nicht, ob das jetzt eine Sängerin oder Schauspielerin oder jemand aus dem Bereich ist, dass sie irgendwann mal was gesagt hätte dazu zum Thema. Nee. Weißt du, das ist halt, es ist einfach totgeschwiegen. Genau. Und deswegen, und das Wort Wechseljahre hat eben einfach auch schon diesen, ja, diesen totalen Negativcharakter. Und das ist, ich glaube, das ist wirklich das Problem. Es sollte viel, viel mehr darüber geredet werden. Es sollte auch mit, natürlich mit Freundinnen, das sind ja, glaube ich, auch die einzigen, mit denen man sich darüber austauscht normalerweise, so wie ich das so mitkriege. Ja. Aber es ist nur, meines Erachtens, wir sollten eine richtige Kampagne fahren. Hm, fände ich total schön. Richtig gut. Weil es einfach wirklich noch ein viel zu totgeschwiegenes Thema ist. Ja. Einfach, und die Frauen auch wirklich oft sich völlig hilflos fühlen. Ja. Und dann eben tatsächlich eher in die Krisenecke rutschen, als in die Chancenecke. Und ich bin ein absoluter Verfechter von, da bietet sich natürlich gerade vielleicht ein Desaster, ein Master of Desaster in deinem Körper und in deinem Kopf, ja. Hm. Und trotzdem bietet genau dieses Desaster dir ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ja, genau. Und das muss man sehen, ne? Ja. Ich finde diese Idee, das mal so etwas mehr publik zu machen, sehr angenehm. Ich glaube, wir sollten da nochmal drüber reden, Alex. Ja, sollten wir dringend. Wir sollten aber vor allem jede einzelne Zuhörerin hier im Podcast einfach mal einladen, ein Buch zu lesen, oder? Das Schöne ist ja, dass dieses Buch nicht irgendwie 400 oder 800 Seiten hat und ich mich echt abmühe, da hier zum Ende zu kommen, sondern das ist ja sehr schön, kompakt und so gehalten, dass ich also wirklich ja relativ schnell auch durcharbeiten kann und es wieder bearbeiten kann. Also, ich will damit sagen, es macht es mir einfach, mich mit dem Thema einfach mal sehr hingebungsvoll zu beschäftigen, immer dann zu den Momenten, wo es passt, ohne dass ich jetzt hier eben so eben stundenlange Übungen machen muss. Das gibt es ja auch, ne? Ich könnte ja auch eine Coaching-Übung hier irgendwie erklären. Ja. Vier Stunden beschäftigt, das wissen wir beide als Coaches, das muss ja gar nicht zielführen, sondern es muss ja tatsächlich auch machbar sein für mich als Leserin so in der Do-it-yourself-Methode. Ja, genau. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Mehrwert, weil natürlich können wir auch jede einzelne Zuhörerin gerne coachen im Bereich vielleicht Hormon-Coaching oder eben Live-Chancen nutzen, aber das würde dann natürlich dazu führen, dass die Kapazitäten irgendwann voll sind und nicht jede davon profitieren kann. Deswegen finde ich Bücher so toll, weil ich dann so unabhängig von eben vielleicht einer Person schon mal anfangen kann. Und wenn ich da noch mehr will, kann ich mir ja jemanden suchen, aber ich kann schon mal was tun. Genau, und das sind ja auch wirklich alle Themen, die wir jetzt gerade so gestreift haben, sind auch wirklich drin. Also es ist ja eben nicht nur das Thema Hormone und Regulationsschwierigkeiten. Dieses Wort habe ich mir direkt aufgeschrieben. Ah, ja cool. Sondern es ist eben, natürlich geht es auch um das Thema Aussehen. Ich meine, wir sind ja alle komplett infiziert davon. Wir wollen gut aussehen, wir wollen fit sein, unsere Knochen sollen, das soll alles noch gut funktionieren und so weiter. Und deswegen gibt es tatsächlich auch bestimmte Sportübungen und es gibt auch Tipps zur Ernährung. Also ganz praktisch, wie kann ich mich mit den richtigen Stoffen, sagen wir mal, mit den richtigen Nahrungsmitteln auch tatsächlich jünger halten. Das macht ja jeder. Klar, wenn du jetzt den ganzen Tag nur Fastfood isst und nicht auf deine Gesundheit achtest, dass du rauchst und dich nicht bewegst, dass du dann natürlich eine weniger hohe Lebenserwartung hast, als wenn du dich gesund ernährst. Und das können bis zu 14 Jahre sein. Wow, ehrlich? 15 Jahre, ja. Da nehme ich mir aber ganz schön viel von meiner Zukunft weg. Ja, eben. So sollte ich mir das tatsächlich gut überlegen. Genau, also das ist auf jeden Fall ein Thema. Und dann eben, wie gesagt, Empty Nest. Wie gehe ich damit um mit dieser neuen Freiheit? Ja, aber auch so etwas wie Imposter-Syndrom. Also wie Filmstabler, kennst du das? Oh ja, ja, dieses eigentlich kann ich das alles gar nicht und das werden alle entdecken. Ja, genau. Mir fällt mir ja mal gerade das deutsche Wort dazu ein, weil ich das auch genau nur so kenne und das so beschreibt. Aber im Prinzip entdeckt jeder gleich, dass ich eigentlich gar nichts kann. So ist es. Das ist so ein bisschen, glaube ich, die Definition dazu. Ja, was ganz viele, insbesondere Frauen, gibt es auch bei Männern, aber insbesondere Frauen, vielleicht weil sie auch mehr darüber reden letztendlich, was ganz viele so spüren. Und dann geht es eben auch darum, negative Glaubenssätze sind sicherlich oft auch da schuld daran, so diese kleine, fiese Stimme im Ohr. Das kannst du doch gar nicht, das ist doch viel zu hoch für dich. Aber auch so von früher eingeprägte Glaubenssätze, auch die mal aufzudecken und mal drüber nachzudenken oder zu üben, die eben zu ersetzen durch einen positiven Glaubenssatz. Also all diese Themen spielen da mit rein. Insofern habe ich auch das Gefühl, es ist echt viel drin, obwohl es gar nicht so viele Seiten sind. Und das ist eine sehr, sehr ganzheitliche Betrachtung. Gerade so in der Beschreibung, die du jetzt nochmal abgegeben hast. Und davon bin ich ja ein Fan. Weil dich bringt ja nichts weiter, wenn du nur immer einen Teil anschaust. Du kannst dann zwar vielleicht deine Hormone irgendwie in den Griff bekommen und dann hakt aber dein komplettes Mindset hinterher. Dann kommst du da auch nicht hinterher. Du kannst ganz viel Mindset-Arbeit machen, aber die Hitzewallungen machen dich trotzdem blöd. Also so ist es. Und das gefällt mir tatsächlich eben grundsätzlich sowieso. Und deswegen, ja, mein Appell an jede Hörerin, die jetzt eben gerade auch sagt, ja, das spricht mich an. Ich habe so dieses Midlife-Ding gerade so am Laufen und es soll keine Krise sein, sondern eine Chance. Dann bietet sich doch geradezu dieses Buch an. Unbedingt. Das findet natürlich die Hörerin in den Shownotes genauso wie eben diese eine Übung, die du vorhin da uns so ein bisschen erklärt hast. Gibt es für dich denn irgendein Aha durch das Schreiben dieses besonderen Buches in deinem Leben, den du seither mitträgst? Oder irgendwo überhaupt ein Aha rund um das Thema Lebensmitte? Ja, viele Ahas. Oh mein Gott. Ja, her damit. Dieses Buch hat mich ganz ehrlich wirklich viel weiter nach vorne gebracht. Dadurch, dass ich mich so intensiv damit beschäftigt habe, überhaupt mit der Phase, die ich ja eben einfach, wie wir gerade schon gesagt haben, sehr gerne unter den Teppich gekehrt hätte. Aber so bin ich halt nicht. Und ich habe mir gedacht, hey, da machst du jetzt was draus, weil ich kann mir vorstellen, dass sich einige andere Frauen auch so fühlen. Ja. Da hatte ich das Gefühl, ich habe mich ja sehr viel auch mit anderer Literatur beschäftigt, also sehr viel recherchiert in den unterschiedlichsten Bereichen. Das ging von Philosophie über Psychologie, über Ernährungswissenschaften und, und, und. Natürlich viel Coaching-Background. Da habe ich mich mit den Dingen beschäftigt. Und ich habe im Nachhinein, habe ich gedacht, dieses Schreiben dieses Buches hat mich so weit nach vorne katapultiert, dass ich das auch guten Gewissens sagen kann, sieh halt als Chance. Also sieh diese Zeit so, dass da einfach auch noch unheimlich viel Potenzial für dich selber drin ist. Und mach was draus. Also nicht immer dieses Aufschieben und ja, ich hätte gern, ich würde gern. Das kennen wir alle aus bestimmten Bereichen des Lebens. Aber im Bereich Lebensträume, da ist irgendwo nichts aufzuschieben. Da müssen wir dann mal ran. Weißt du? Und das war das eine, was mich sehr bestärkt hat und sehr aufgebaut hat innerlich. Und ich habe am Ende so gedacht, ach, ist ja gar nicht so schlimm. Da steckt ja doch viel, viel, viel Potenzial drin und das werde ich jetzt auch nutzen. Also ich persönlich habe zum Beispiel auch beruflich etwas vor, ja, wo ich mich da vielleicht nicht unbedingt dran getraut hätte vorher. Cool. Oh, Glückwunsch. Oh, das hört sich tatsächlich so positiv an. Und davon brauchen wir so viel mehr. Davon brauchen wir wirklich einen ganz, ganz großen Chor, damit einfach diese Angst vor dieser Zeit der Lebensmitte sich viel mehr in eine Vorfreude, in eine neugierige und vielleicht auch ein bisschen aufgeregte und ja, vielleicht auch manchmal so ein bisschen ungewisse Lebensmitte, dass ich das ausbreiten darf. Absolut. Bin ich total deiner Meinung. Oh, schön. Lass es uns ausbreiten. Ja, let's do this. Liebe Katrin, es hat mir so viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und ich habe tatsächlich zwei Fragen aufgeschrieben, die wir so am Rande mitgestreift haben. Und ich habe mich so erfüllt, so beseelt auch von unserem Gespräch. Und ich habe ja, glaube ich, noch ein bisschen, bis dann wirklich so dann der große Wechsel kommt, mit 41, denke ich trotzdem schon da dran. Ich glaube, das ist auch normal, dass dann irgendwann so diese Zeit beginnt, sich damit zu beschäftigen. Und natürlich liegt es auch ein bisschen bei mir am Thema, weil mich einfach auch die Hormone interessieren. Vielen Dank für deine Zeit. Herzlichen. Das ist ein tolles Gespräch. Ich bin wirklich ganz beseelt und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass die Hörerin, die jetzt sich einfach total angesprochen fühlt, dieses Buch unbedingt nach Hause holt. Und das gibt es ja überall, Amazon, Buchhandlung. Ja, doch, gibt es überall, überall. Sehr cool. Also, wie gesagt, ja, Amazon direkt zu bestellen und an den großen Buchhandlungen. Gibt es das denn auch bei der Autorin selbst? Bei der Autorin selbst gibt es das auch, natürlich. Oh, dann nenn uns doch mal, wo man das bei der Autorin selbst bestellen kann. Also, am besten über meine E-Mail-Adresse. Aha. Ja. Okay. Nenn uns doch einfach mal und die verlinke ich auch nochmal in die Shownotes. Genau. Das ist ringmann-kb-neustart.de, also ringmann-kb-neustart.de. Und darüber ist es wirklich am einfachsten. Meine Homepage ist nämlich gerade im Umbau. Und sonst hätte ich natürlich meine Homepage genannt. Ja, na klar. War das an erster Stelle. Aber die wird gerade umgebaut und ist gerade under construction. Und da kann ich nicht dafür garantieren, dass die in den nächsten zwei Wochen fertig ist. Naja, gut, aber wer denn nach der, also wer die jetzt in den nächsten zwei Wochen diese E-Mail schickt, bekommt dann praktisch am besten Zugang zu dir über die E-Mail. Also, und wer aber vielleicht den Podcast tatsächlich auch erst in ein oder zwei Monaten oder noch später hört, der kann natürlich vielleicht auch fündig werden auf der Website, oder? Genau. Und das heißt, dann hau sie her. www.neustart.de. Sehr cool. Ja. Das ist meine Rede. Natürlich gibt es das immer in den Shownotes auch. Das heißt, habe ich das jetzt alles nicht mitgeschnitten oder will einfach Copy-Paste machen, dann bieten sich die Shownotes an. Die nenne ich einfach zum Ende des Podcasts. Das sind meine Hörerinnen sehr gewohnt. Und dann können sie sich das auch eben zum Ende gut aufschreiben. Wunderbar. Dann möchte ich an der Stelle dir auch nochmal danken, Alex. Das war nämlich in der Tat ein wunderbares Gespräch mit dir. Danke. Super interessant, auch deine Perspektive zu hören, vor allem als Hormon-Spezialistin. Und vielen, vielen Dank, dass du das Interesse für die Mitleidchance hast und dass du dich da so, ja, tatsächlich so dafür begeistern kannst. Vielen, vielen Dank. Ja, doch sehr. Ja, ich gebe das und ich bedanke mich sehr für dieses Kompliment und gebe das tatsächlich so zurück. Es ist ein großartiges Buch. Ich habe tatsächlich noch nicht zu Hause, aber ich weiß, was ich als nächstes tun werde. Ich werde nämlich der Autorin eine E-Mail schreiben, beziehungsweise hier an dieser Stelle sagen, liebe Katrin, ich hätte da gerne ein Buch. Kriegst du sofort, Alex. Danke. Ich bin schon unterwegs. Siehst du, so funktioniert es auch. Aber natürlich haben meine Hörerinnen nicht den wunderbaren Vorteil, dass sie mit der Autorin selber sprechen können. Ich fühle mich sehr geehrt. Und nochmal herzlichen Dank wirklich für deine Zeit, viel Erfolg und naja, da kommt doch noch ein nächstes Buch, oder? Ja, ist schon in der Arbeit. Haha, ich wusste es. Sobald das irgendwie Form hat, dann gib mir Bescheid, dann bist du natürlich wieder herzlichst eingeladen. Es muss vielleicht ein bisschen passen, das ist schon klar, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es hier im Podcast passen könnte, oder? Ich denke schon. Aha, wir reden. Wenn du mir gerade vorschwebt, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Sehr cool. Das heißt, wir bauen hier gerade einen Mörderspannungsbogen auf und alle freuen sich auf die nächste Folge mit dir. Super, vielen, vielen Dank. Mach's ganz gut und wundervoll, liebe Katrin, und bis ganz bald. Danke, bis bald, Alex. Tschüss. Ciao. Da sind wir wieder. Jetzt bin ich noch alleine, denn Katrin hat sich verabschiedet und ich finde es immer sehr schön, wenn ich noch meine ganz eigenen Gedanken nach diesem Gespräch, dass ich mit Menschen führen darf, die Dinge zu erzählen haben, die ich einfach interviewen darf, wenn ich die mit dir noch teilen kann. Und ja, dieses Interview hat mich sehr bewegt, sehr berührt, weil ich jetzt tatsächlich einfach nur aufgrund der Beschreibung von Katrins Erfahrungen und natürlich auch den Erfahrungen, die Leserinnen schon mit dem Buch und vielleicht auch mit dieser Phase gemacht haben, dass ich mich auch ein Stück weit darauf freue, dass ich auf jeden Fall neugierig bin. Und genau darum geht es, glaube ich, mehr die Neugier auf diese Phase zu wecken und sich bewusst zu sein, hey, das ist dann nicht alles rosa und schön und Wolke sieben, sondern ja, das kann natürlich echt ruckeln und schuckeln und Trubel machen und ja, der Körper kann verrückt spielen und der Geist mit dazu und dann hast du ein ordentliches Paket, aber es ist eben möglich, dass dahinter sich ganz viele neue Möglichkeiten verstecken. Das ist eben nicht das Ende vom Anfang ist. Kein Master of Disaster. Irgendwo habe ich diesen Satz vor kurzem gelesen und dachte, wow, das passt so gut. Ich glaube, es war nicht mal im Zusammenhang mit den Wechseljahren, aber viele Frauen würde ich sagen, bezeichnen oder wäre dieser Begriff Master of Disaster für die Wechseljahre sehr passend. Es soll tatsächlich kein Master of Disaster sein, sondern ein Chancen ergreifen, sich neu erfinden und ja, sich voranstellen. Ich kann sagen, bisher ist mir das nicht so gut gelungen. Das liegt halt an meinen Kindern, an meinem eigenen Anspruch. Die Kinder kommen zuerst, dann kommt mein Mann, dann kommen die Katzen, aber da gibt es natürlich auch Unterschiede. Also manchmal könnte auch die Katze zuerst kommen und dann mein Mann. Ich gebe es zu. Schatzi, ich habe dich ganz doll lieb, auch wenn die Katze manchmal vorne dabei ist. Kleiner Scherz am Rande. Ja, aber ich bin definitiv nicht ganz vorne mit dabei. Jetzt immer mehr. Und das ist tatsächlich ein schönes und auch sehr ungewohntes und manchmal angstmachendes Gefühl. Fühlt sich nicht gut an, kenne ich nicht. Macht irgendwie grummeln im Bauch und unruhig. Aber das ist es ja mit neuen Dingen, die man lernen darf. Sie machen erstmal unruhig, bis sie, naja, reingesickert sind und angekommen sind bei uns. Also möchte ich an dieser Stelle gerne einfach für mich und für alle Zuhörerinnen sagen, wir sollten einfach vertrauen, dass sich die Chancen zeigen werden, dass sie da sein werden. Wir müssen uns nur öffnen und sie halt auch wahrnehmen. Wenn ich sie nicht sehe, wenn ich sage, hey, ich lasse die Tür zu, dann können da 15 Chancen hinter der Tür stehen. Wenn ich sie nicht aufmache, sehe ich sie nicht. Das wunderbare Buch, von dem Katrin und ich gesprochen haben, findest du natürlich, wenn du es ganz persönlich von Katrin Bringmann, der Autorin, bestellen möchtest, kannst du ihr eine E-Mail schreiben. Die E-Mail lautet bringmann-at-kb-neustart.de und Bringmann für Katrins Nachnamen. Also schreibe direkt eine E-Mail und vielleicht gibt es ja dann sogar irgendwie ein kleines Autogramm oder eine Unterschrift. Keine Ahnung. Lass dich überraschen. Du findest natürlich auch all das, worüber wir in der Folge gesprochen haben, in den Shownotes. Dafür habe ich mir einen sehr passenden Namen ausgedacht. Die Shownotes findest du unter www.alexbroll.com-mitlife-chance. Mitlife für Lebensmitteenglisch, mitlife und dann Chance. Kleingeschrieben. Und dann solltest du ganz sicher auf diese heutige Podcast-Folge kommen. Dort findest du natürlich auch den Link dann direkt zu Katrins Website, die ja jetzt direkt, während wir gesprochen haben, noch in Bearbeitung. Da finden noch Bauarbeiten statt. Also die ist noch in Bearbeitung. Und die Übung findest du dort aber auch. Also diese Übung mit der Blüte des Lebens, die sich einfach nur sehr verlockend anhört, stellt Katrin uns da ganz persönlich und als Geschenk und ein bisschen rein, Lupen ins Buch tatsächlich zur Verfügung. Denn es ist ja ein Teil des Buches. Da können wir schon mal reingucken, wie uns das so gefällt. Ich möchte dich natürlich an dieser Stelle wieder sehr herzlich gerne, wenn du den Wunsch danach hast, das Bedürfnis hast, dich voranstellen magst und wissen möchtest, verdammt, was ist denn jetzt eigentlich mit meinen Hormonen los und wie und was kann ich dann konkret gegen mein Hormonchaos tun? Also vielleicht die körperliche Seite tatsächlich erstmal beleuchten möchtest. Da mehr zu wissen möchtest, lade ich dich in die kostenlose Hormonsprechstunde ein. Nimm dir doch die Zeit, in dem ich dir meine Zeit schenke, 30 Minuten und wir einfach mal über die Problematiken, die Symptome sprechen. Sprechen hilft eh. Es hilft oft, um klarer zu werden in der Wahrnehmung, was läuft bei mir gerade verkehrt? Was ist es genau, was mich ganz besonders stört? Was sind Hauptsymptome? Wo fühle ich die meisten Einschränkungen? All diese Fragen können wir gemeinsam erörtern, denn ich stelle diese Fragen und ja, es geht natürlich auch darum, was sind denn nächste Schritte und vielleicht ist ein nächster Schritt einfach nur einen Hormontest zu machen oder doch nochmal zum Frauenarzt zu gehen. Vielleicht ist es aber auch tatsächlich der Wunsch, ich möchte das ganzheitlich angehen. Ich möchte wissen, was ich für Körper, Geist und Seele tun kann und möchte nicht nur meine sexuale Hormone anschauen, meinen Östrogen und Progesteronspiegel, sondern ja, ich bin auch im Stress und ich habe den Verdacht, dass die Nebenniere nicht gut funktioniert und mein Darm ist nicht in Ordnung und irgendwie sind Glaubenssätze oder Blockaden oder, 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 oder in meinem Kopf und ich komme und komme einfach nicht von der Stelle. Genau dafür stehe ich praktisch an deiner Seite. Ich unterstütze dich, gehe ein Stück des Weges mit dir im Hormoncoaching, biete dir das Wissen und vor allem eben die individuelle Unterstützung, die du ganzheitlich brauchst. Denn so wie ich es bereits formuliert habe, in meiner Meinung ist es tatsächlich ein ganzheitliches Herangehen an Probleme. Denn du kannst dich dumm und dusselig an einer Ecke arbeiten, wenn du nicht alle mit ins Boot holst, alle Probleme und alle verschiedenen Aspekte, dann wirst du immer in Schieflage bleiben. Und genau dabei möchte ich dich unterstützen, dein Gleichgewicht wiederherzustellen und vor allem dir die Verantwortung zurückzugeben, dass du deine Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen kannst, dass du einfach weißt, was dir gut tut, was du brauchst und das auch selbstbewusst leben und tun kannst. Also auch, dass der nächste Besuch beim Frauenarzt so wird, dass du dich nicht so klein wie mit Hut fühlst und sagst, naja gut, dann nehme ich halt die Hormone, weil sie das sagen, Gott entweist, sondern dass du auch sagen kannst, ich möchte jetzt mehr dazu erfahren oder bieten sie mir noch andere Behandlungsmöglichkeiten an. Du bist die Chefin und genau dabei möchte ich dich unterstützen, das auch wieder zu fühlen und auch die Chefin natürlich wieder deines Körpers zu werden. Na klar. In diesem Sinne, einen ganz wundervollen Resttag, wann auch immer du die Podcast-Folge gehört hast. Pass gut auf dich auf. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Mach's gut. Ciao.